Manchmal dauert es, hat man eben vielleicht auch gesehen, bis einem ein Licht aufgeht. Wir haben dazu aber auch einen schönen Filmausschnitt. Wie heißt das denn, wo Genie drin ist? Duftlampe? Nee. Wunderkerze. Wunderkerze. Also wir kennen ja alle das berühmte Märchen von dem Jungen und dem Geist aus der Wunderkerze. Wie lautet aber der Titel des Märchens richtig? Duftlampe. Duftlampe? Nein, nicht. Dein Ehren. Duftlampe? Da wäre ich noch nicht einmal draufgekommen. Genie und die Wunderlampe. Du warst fast richtig... Nein, nicht Genie, Aladin. Ach Mensch, das wusste ich. Ich habe mich aber nicht getraut zu sagen. Ist aber egal, du kriegst trotzdem den Punkt. Ach, super! Das ist ja leider falsch. Zuhören, gerne. Nur zuhören. Ach, danke. Nein.